Wir haben mal eine Ronda zum Ausbau-Ronda, wenn der war dann auch gut Wir gehen mal in die Häuser rein Mein Amos hat immerhin mal angeschlagen in der Luft Ja Ja, da hatte ich ja jetzt schon eine Weile nicht mehr Es besteht Hoffnung Ja Auch bei Green sind sie drin, aber ich habe keine gute Waffe bis jetzt, gar nichts LMG fragst du das, wie viel im Witz? Ja, das wäre schon mal was 18 Meter Was? Ja, war Schildbreak Was? Was? Ja Was? 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 Oh Gott Oder waren denn da so viel Pferde? das kopfgeld ziel auszuschalten der dennoch muss hier im roten haus und so drinnen ob ich denn hier kriege heute geht gar nichts das ist so fake aktuell der aim assist schlägt nicht an ich muss die leute doppelt so viel treffen wie normalerweise ach und krach ko bekommen da den typen ich habe eine scheiß waffe alter gegen die ganzen dropps und ich habe keine waffe ach hier kämpft einer an der ecke ja gut gemacht camper hast du gut gemacht nullkühls nein ich mache noch mal eine nuller runde heute ist dann die vierte oder fünfte schon weg das ist mit dem aim ist das los habe ich den ausgestellt massen gegen jetzt was zu ende zum job kannst du nicht gehen weil die da oben in den abcampen ich habe noch ungefähr die pw es haben die abgeben wir den aim ist es den unterschied zu machen Da zieht da wieder einer an den Dorf. Ah, der wird abgekämpt. Kann man mal um wohin fliegen, wo vielleicht keine Gegner? Kein mir gut, vielleicht befreien. Fliegen mal hier um wohin. Noch ein Stück weiter. Ja, hier sieht man aus. Oh, alles leer gemutet. Hier geht's noch. Was macht der denn? Was? Kohle fehlt noch. Ach, grün ist ja gar nicht hier. Da war Kohle. Schuss, Wackhock, noch mal Sterflessen. Jetzt? Ne. Reicht? Gut. Ich klicke mal auf die Tür, ich habe hier gerade noch Geld gesehen. In Geld lag da schon, ja? Ja. Okay, erstmal gemütlich shoppen noch eine Runde. Genau. Man liegt jetzt hier gegen Groschen, ne? Was schon in dem Tunnel hier hinten? Hier unten. Unter und hintere Länder. Unten steht ein gegen der AFK. Weg mir. Der steht wirklich der AFK, Ruben. Mach den Finisher. Jetzt gibt's den Finisher, Mariko. Jo. Nein, ich bin da noch getötet. Super, das handeln du nicht. Was? Ey, ist das? Hier, der steht AFK. Kill die Mausentfernung. Ah. Ich zieh Selfred. Ist K.O. der Typ? Äh, ich hab gefinisht. Ah. Yes. Ich hab nen Kill. Wunderbar. Aber wir haben auch noch keinen Drop, ey. Ist da noch mal aufwärts dran. Ist rechts, ja. Soll hast du die Scheiße mischen. Ohne. Ich geh nochmal an Tudel drin. Wo brummt hier ne Box? Wo brummt hier ne Box? Wo brummt hier ne Box? Na hier hinten, da probier ich ihn noch zu holen. Jetzt werden mal kein Geld da noch. Hier ist auch noch irgendwo ne Kiste. Sind die neu verschließbaren oder die wieder öffnen? Hier oben auch ein paar. Ich weiß nicht wo die ist. Nein. Da oben. Da oben. Ich kann natürlich da bleiben. Oh, hier ist noch bedingt zwischen. Ich hab mir Verliererin. Vielleicht richtig scheiße ohne Waffen. jetzt wo das urteil wahrscheinlich werden hier ist noch eine box zu sagen lächerlich sind nirgends wo mehr geld ist erst raus wir könnten das natürlich da oben an dem shop probieren immer geld kriegen wenn wir dann den shop an den drop dann werfen ist natürlich auch fast selbstmord dann müssen wir hinten nicht an den shop Oh, ich weiß nicht, obwohl das ist. Ja, stimmt. Wir müssen uns verkennen. Wir gehen einfach in die Mude reinholt. Hier sind noch Platten. Hinter der Ecke Waffen, oder? 3K oder oben? Okay. Ja, mit dem Dings einbestätigt. Hier kommt einer. Ja, hier. Ey, ich treff gar nichts. Krass, ey. So, ich hab einen Aim-Assist rausgestellt. Stimmt. Raus Spaß. Müsste ich mal wieder einschalten jetzt vielleicht. Ist ja noch schlimmer, Alter. Ohne geht gar nicht. Oh, jetzt kommen sie. Kommt da wieder einer. Es sind weniger als 10 Feinde übrig. Wir bleiben, wir bleiben. Schnell in die neue Sicherheitszone. Wir müssen wo. Mauer lang. Kommt da jetzt. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Der liegt oben K.O. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Oh, meine Fresse, ey. Das Ende war jetzt nochmal. Da kann man drauf aufbauen, ey. Auf dem Ende. Auf dem Ende. Wunderbar. Wo hab ich denn acht Kills bitte gemacht? Naja. Ja, drei und bestätigt von dem Prezi. Am Ende haben wir, hast du noch ganz gut geholt, die Leute. Ja. Na ja. Ich hab gesagt, ja. Jetzt gehst du wieder weg auf. Knoten, Sub-Satz. Jetzt kannst du los. Ja, genau. Jetzt muss ich mir erstmal eine PPSH einstellen. Dann muss ich dir erstmal eine PPSH einstellen.